Die Bioswing-Sitzsysteme verfügen über eine weltweit einzigartige Technologie. Ein nach allen Seiten bewegliches, kontrolliert gedämpftes 3D-Sitzwerk, das die Energie des Körpers dynamisch reflektiert. Ihr Nervensystem aktiviert hierauf Ihre Haltemuskulatur mit einer erhöhten Dynamik. Ihr Körper und Ihr Geist gelangen in ein aktives Gleichgewicht. Es funktioniert automatisch, ohne dass Sie selber Einstellung am Sitzwerk vornehmen müssen. Der Boogie verfügt zusätzlich über eine Beckenbalance, die eine automatische und körpersynchrone Anpassung der Neigung von Sitz- und Rückenstütze ermöglicht. Die Sitzhöhe stellen Sie über den Bediengriff rechts unter der Sitzfläche ein. Zum Anheben der Sitzfläche entlasten Sie den Sitz, ziehen Sie den Bediengriff nach oben und lassen Sie diesen in der gewünschten Position los. Zum Absenken der Sitzfläche ziehen Sie diesen im Sitzen nach oben und lassen Sie ihn in der gewünschten Position los. Bei dem Modell mit Fußauslösung wird die Sitzhöhe über den Fußteller reguliert. Stellen Sie die Höhe der Sitzoberfläche deutlich höher als Ihre Kniekehlen. Ober- und Unterschenkel bilden einen jeweils deutlich über 90 Grad geöffneten Winkel. Die Füße stehen ganzflächig auf dem Boden, ohne erhöhten Druck auf die Oberschenkelrückseiten. Die in Höhe und Tiefe einstellbare Rückenstütze ermöglicht Ihnen eine punktgenaue Anpassung an Ihre Körpermaße. Für die Höhenanpassung drehen Sie das Bedienrad gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Halterung lockert. Anschließend verschieben Sie die Rückenstütze in die gewünschte Höhe und ziehen Sie dann das Bedienrad durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder fest. Für die Tiefenanpassung drehen Sie das Bedienrad hinten unter der Sitzfläche gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Halterung lockert. Anschließend verschieben Sie die Rückenstütze in die gewünschte Tiefe und ziehen Sie dann das Bedienrad durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder fest. Der Fußring ist für höhere Sitzpositionen gedacht, damit Sie Ihre Beinpositionen variieren können. Nachdem Sie Ihren Bioswing optimal für sich eingestellt haben, sollten Sie die Tischhöhe für Ihre Körpergröße einstellen. In einer aufrechten Sitzposition sind Ihre Unterarme leicht nach unten ausgerichtet. Ihre Ellbogen sind etwa auf Höhe der Mitte Ihrer PC-Tastatur und damit ca. 2 cm höher als die Tischplatte. Passen Sie sich bitte nicht der Tischhöhe an, indem Sie z.B. Ihre optimale Sitzhöhe verlassen, sondern passen Sie die Tischhöhe Ihren Bedürfnissen an. Kleinen Personen empfehlen wir für die optimale Sitzhöhe am Tisch die Verwendung einer ausreichend breiten und erhöhten Fußauflage, falls sich Ihr Tisch nicht tief genug einstellen lässt. Ihr Bildschirm sollte mit seiner Oberkante etwa auf Augenhöhe sein und 10 bis 20 Grad nach oben geneigt sein. Sie sollten nicht zu nah und nicht zu weit entfernt von Ihrem Bildschirm sitzen. Je nach Bildschirm und Schriftgröße beträgt der Abstand 50 bis 70 cm. Achten Sie darauf, dass Sie alles auf Ihrem Bildschirm entspannt lesen können, ohne dass Sie sich Ihrem Bildschirm entgegenbeugen müssen.